Wir haben wieder eine Diskussion um den Paragrafen 219a. Da kann ich nur sagen, in einer Koalition muss das gelten, was man miteinander verabredet hat. Und es kann in einer Koalition ohnehin nicht sein, dass einer dem anderen Fristen sitzt. Deswegen weise ich den Beschluss des SPD-Präsidiums, uns eine Frist bis im Herbst zu setzen, zurück. So kann man nicht miteinander umgehen.